Raspberry Config ist ein praktisches Werkzeug vom Raspberry Pi OS, das dir die wichtigsten Einstellungen des Raspberry Pis in einer Oberfläche zusammenführt. Da es jeder Nutzer kennen sollte, möchte ich dir in diesem Video das vorstellen, wie du es aufrufst, was da alles drin ist, damit du einen ersten Eindruck von diesem kleinen Werkzeug bekommst. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das aufzurufen, wir schauen uns beide an. Der erste Weg ist am universellsten, denn da kann ich auch per SSH auf einen entfernten Raspberry Pi drauf, wie ich das hier gemacht habe. Wir haben hier einmal ein Raspberry Pi OS 12, ganz aktuell mit Bookworm und schauen wir mal kurz GrabModel in die Message, da sehen wir, das ist ein Raspberry Pi 5, der ganz aktuelle, aber das Ganze klappt auch auf älteren Modellen. Das ist universell, können wir hier mal kurz gucken, auf ein Raspberry Pi 4, das können wir hier auch öffnen. Um Raspberry Config aufzurufen, müssen wir einmal das Ganze als Root, also mit Sudo aufrufen, da wir hier Einstellungen ändern können, die eben Root-Rechte benötigen und dann lautet der Befehl Raspberry-Config. Dann kommen wir hier in so eine Oberfläche hinein, wo der uns links oben auch nochmal das aktuelle Modell anzeigt, welches wir hier gerade verwenden. Und dann haben wir hier unten so ein Menü, da sind die Einstellungen in verschiedenen Gruppen geordnet, einmal System Options, Display Options und so weiter. Die gucken wir uns jetzt gleich noch im Detail an. Zuvor noch der zweite Weg, der geht über eine grafische Oberfläche, das heißt, ich habe hier den Raspberry Pi mit einem Raspberry Pi OS Desktop installiert, kann mich jetzt eben mit der Oberfläche hier verbinden, zum Beispiel per VNC oder direkt am Gerät das Ganze nutzen. Dann kann man hier oben auf das Raspberry Pi Menü klicken, geht hier auf Preferences und da gibt es einen Eintrag Raspberry Pi Configuration. Das starten wir und dann haben wir im Endeffekt das gleiche Werkzeug, nur mit einer grafischen Oberfläche. Und ihr merkt auch, wenn man das so ein bisschen vergleicht hier, die Reiter da oben, die entsprechen ziemlich ähnlich den Kategorien, den wir vorher gesehen haben. System zum Beispiel, Display, Interface, alles ein bisschen abgekürzt, damit es nicht zu groß wird und auch die Einstellungen da drin, die sind ähnlich. Da kann man dann eben hier das mit einem Schalter ein- oder ausschalten zum Beispiel oder hier die verfügbaren Optionen auswählen. Was man da alles einstellen kann, das gucken wir uns jetzt im Detail mal an. Ich nutze bevorzugt die Konsolen-Variante, da die überall funktioniert. Die grafische Oberfläche hat man nicht auf jedem Pi drauf und macht auch nicht überall Sinn. Das hier kann man auf jedem per SSH oder direkt am Gerät nutzen. Außerdem fehlen manche Einstellungen in der grafischen Variante. Wer eben genau hingeschaut hat, hat gemerkt, dass die erweiterten Optionen zum Beispiel fehlen. Das wäre bei der Konsolen-Variante der Punkt 6. Da hört der Reiter in der grafischen Variante bei Punkt 5 auf. Navigiert wird hier mit den Pfeiltasten der Tastatur. Mit Pfeil nach unten oder oben kann ich mich hier nach unten oder oben bewegen und immer der rote Eintrag, der ist gerade ausgewählt. Da kann ich reingehen, indem ich da zum Beispiel hier Punkt 5, Localization Options, also alles, was lokalisiert wurde, die Sprache und so weiter. Da mit Enter kann ich reingehen und sehe hier dann nochmal ein untergeordnetes Menü mit allen Einträgen in dieser Gruppe. Da kann ich mir jetzt eine Einstellung raussuchen und die ändern. Oder aber, wenn ich raus möchte, entweder mit Escape komme ich eine Seite zurück oder aber ich kann mit den Tab-Tasten, also einmal drücke ich jetzt auf die Tab-Taste, unten auf diese, das sind Menüknöpfe, würde man sagen, in grafischen Oberflächen navigieren und dann entweder Select, das wäre wieder Enter, oder aber mit nochmal Tab auf Back und komme dann auch zurück, so wie wenn ich hier im ersten Bildschirm bin, mit Finish komplett wieder raus auf meine Konsole. Um wieder reinzukommen, einfach nochmal sudo raspy-config und ich kann jederzeit darauf wieder zurückgreifen. Schauen wir uns zu Beginn mal den fünften Punkt an, nämlich die Lokalisierung. Das sind wahrscheinlich viele Sachen, die euch auch interessieren. Da kann man nämlich zum einen im ersten Eintrag, L1, die sind immer so durchnummeriert, dass man die eindeutig zuordnen kann, kann man jetzt eben auswählen, welche Sprache und Region möchte ich haben. Dann drücke ich mal Enter und jetzt geht hier so ein Menü auf, da kann ich jetzt eben festlegen, welche Sprache und welchen Zeichensatz. Scroll mal ein bisschen runter, am besten geht das per Mausrad oder mit den Bildtasten, wenn ihr keine Maus da habt, dann nehme ich hier jetzt mal DE, DE. Das erste ist das Land, das zweite die Sprache und dann eben hier UTF-8 als Zeichensatz. Habt ihr es mit der LED-Taste jetzt hier aktiviert, drücke ich dann mit Tab auf OK. OK, jetzt zeigt er mir hier an, welche habe ich installiert. Das ist auch mein Deutsch mit dabei und eben das Großbritannien. Das kommt so im Standard, das wählen wir jetzt mit Enter, also mit den Pfeiltasten aus und dann mit Enter als Standard. Und jetzt wird das eingerichtet. Gehen wir hier mal kurz raus und gucken mit LocalCTL. Da sind wir nämlich jetzt auf einmal bei der Systemsprache auf Deutsch, wie ich es eben eingestellt habe. Und hier könnt ihr sehr schön sehen, dass dieses Raspi-Config nicht nur Einstellungen enthält, die spezifisch für den Pfeil sind, die schauen wir uns gleich auch noch an, sondern auch allgemeine Klonierungseinstellungen, die man darüber eben leichter erreichen kann. Zum Beispiel mit dem LocalCTL kann ich mir jetzt sagen, hier List, Locals, dann zeigt er mir die an, die auf dem System vorhanden sind, also die Liste, die ihr eben auch schon gesehen habt. Und wenn ich hier jetzt mal mit minus minus help reingehe, um zu gucken, was kann das Ding alles, dann habe ich hier jetzt verschiedene Möglichkeiten und kann zum Beispiel auch mit set local eine setzen. Das heißt, ich könnte jetzt dann zum Beispiel sagen, localCTL, set local und nehme dann hier Englisch Großbritannien, also britisches Englisch, auch mit utf-8. Muss ich jetzt einmal mich authentifizieren, also mit sudo in dem Fall. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal ohne Parameter aufrufe, dann bin ich wieder zurück bei Großbritannien. Also das macht das Werkzeug im Hintergrund bei dieser Einstellung, da das ein allgemeines Greenux-Werkzeug ist. Zurück zu Raspberry Config, gehen wir nochmal da rein, bei den Lokalisierungsoptionen, da haben wir jetzt eben die Sprache und die Region. Man kann auch die Zeitzone anpassen, meistens ist das nicht notwendig, das erkennt ihr aus dem oberen. Da könnt ihr auch einfach mal hier kurz mit Date euch das ausgeben lassen und wenn das passt, dann hat er das richtig erkannt. Wenn das nicht passen sollte, dann kann man im Ausnahmefall hier reingehen und das hier noch setzen. Ähnliches gilt für die Tastatur, da kann man die Tastaturbelegung anpassen, wird meistens auch automatisch erkannt. Wenn bei euch irgendwie Sondertasten hier richtig funktionieren sollten, dann, gerade sowas wie Umlaute, dann könnte man das hier auch fixen, ist meistens nicht notwendig. Anders das WLAN-Land, das ist wichtig, sobald ihr WLAN nutzen möchtet, da es hier verschiedene Regulatorien je nach Land gibt, welche Frequenzen man nutzen darf und welche vielleicht für was anderes reserviert sind. Das heißt, da müsste man hier einmal reingehen und dann auch wieder runter mit dem Mausrad am besten, bis man hier bei D angekommen ist und hier Deutschland auswählt. Ansonsten kann es nämlich auch passieren, dass ihr WLAN-Netzwerke nicht findet, obwohl die da sind. Gehen wir weiter mit den Systemeinstellungen, also den ersten Punkt. Da kann man jetzt einmal sagen, ich möchte mich mit einem WLAN verbinden. Das heißt, wenn ihr eben das Land gesetzt habt, kann man jetzt sagen, ich habe hier mein WLAN-Netzwerk, man fragt nämlich noch Namen, Passwort und ich könnte mich hier mit dem verbinden lassen. Weiter geht es mit Audio. Das ist relevant bis zum Raspberry Pi 4, weil da gab es ja eine 3,5 Zoll Klinken-Kopfhörerbuchse und dann kann ich hier festlegen, wo soll der Ton nachher ausgegeben werden. HDMI kann das ja auch, wenn da ein Monitor dranhängt, der kann ja Bild und Ton oder eben auf diesem 3,5 Zoll Klinkelstecker. Das hier ist wiederum auch ein Wrapper für Linux-Befehle, wie zum Beispiel jetzt hier Passwd. Da kann ich mein Passwort setzen. Genauso hier der Hostname, der Rechnername. Das ist relevant, wenn ihr den im Netzwerk finden wollt und er hat irgendwie nur so einen Schattennamen wie Raspberry Pi. Das braucht ihr meistens dann, wenn ihr mehrere Pis habt, um die eben zu identifizieren. Bei S5 Boot Auto-Login, da legt ihr fest, wieso sich der Pi beim Start verhalten. Hier kann ich einmal sagen, er soll in die Konsole gehen, also nicht die grafische Oberfläche. Das wäre dann hier B3 und für jede Option kann ich sagen, er soll sich automatisch einloggen. Das wäre Auto-Login, das heißt, er startet in den Desktop, in eine offene Konsole oder aber er geht zum Login, da muss ich mich von Hand anmelden. Gerade wenn ich irgendwie so Status-Bildschirme habe, Anzeigetafeln, dann wäre hier wahrscheinlich Auto-Login die sinnvollere Option. S6 Splash Screen, den kennt ihr wahrscheinlich schon von x86 Mainboards, da kann man im BIOS UEFI meistens einstellen, ob während des Starts eher ein Logo kommen soll, also was optischer, schönes oder aber was aussagekräftiges, nämlich die Boot-Anzeige, was er da konkret beim Starten macht. Das kann man hier abschalten oder aktivieren. Bei manchen Modellen kann man in S7 festlegen, was soll die Power-LED, also die rote Lampe, bewirken. Das geht nicht bei allen Modellen, hier zum Beispiel beim 5er geht es nicht. Eine neue Einstellung von Raspberry Pi 12 ist hier der Browser, da haben wir ja endlich eine Alternative zu Googles Chromium bekommen und können daher jetzt hier festlegen, was soll der Standard-Browser sein für Links und solche Geschichten. Da gibt es dann hier eben den Chromium, den man schon kennt, oder jetzt den neuen, den freien Firefox. Das wird einmalig auch beim Einrichten abgefragt, aber wenn man sich das später umentscheidet, könnte man das hier nachträglich noch verändern. In der zweiten Gruppe dreht sich alles um die Anzeige, Screen Blanking, da geht es darum, dass der Pi nach einiger Zeit die Bildausgabe einstellt, dann gehen die meisten Bildschirme in den Standby-Modus. Wenn das nicht gewünscht ist, da wieder Beispiel Anzeigetafeln, digitale Bilderrahmen und so weiter, könnte man hier sagen, das möchte ich nicht aktiviert haben, also Enable No und dann wird das abgeschaltet. Wenn ihr VNC verwendet, also entfernt über das Netzwerk, auf die grafische Oberfläche zugreift, könnt ihr hier die Auflösung von dem Ganzen einstellen. Der Stand ist da glaube ich HD, da möchte man meistens Full HD haben und kann das dann hier entsprechend setzen. Composite Video, das ist ein uralter Standard, der stand aus den 50er Jahren für die analoge Bildübertragung. Kennt vielleicht manche von dem gelben Chint-Stecker, der war ganz am Anfang aufgelötet, es gibt die Kontakte immer noch, wenn ihr da eine Buchse dranlötet und das verwenden solltet, dann kann man das hier aktivieren. Bei drei Interface-Options sind alle Schnittstellen gemeint, mit denen man sich mit dem Raspberry Pi verbinden kann. Da haben wir hier einmal die eher softwareseitigen, wie zum Beispiel SSH, da bin ich hier gerade von meinem PC auf dem Raspberry Pi, das kann man hier aktivieren, wenn man es nicht schon im Vorkonfigurieren aktiv hat. Genauso VNC ist was ähnliches, aber für die grafische Übertragung von Fenstern. Die anderen, wie SPI, I2C, das sind Bussysteme, mit denen man vor allem Sensoren daran anschließen kann und dann die Daten abfragen. Die sind alle im Standard nicht aktiviert, wenn man die nutzen möchte, weil man einen Sensor angeschlossen hat und den abfragen möchte, dann kann man das hier entsprechend zum Beispiel bei I2C da drauf gehen und sagen Enabled, Yes, dann ist das Modul aktiv und man kann den verwenden. Davon gibt es noch mehr, das sind großteils alles Doppelbelegungen, das heißt es gibt verschiedene GPIO-Ports, die ihr dort für diese Funktion verwenden könnt. Remote GPIO, das kann ganz praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel komplexere Anwendungen habt, die wollt ihr auf eurem lokalen PC entwickeln, aber die haben Abhängigkeiten zu zum Beispiel den GPIO-Pins von hier oben, dann ist das Problem, dass euer PC die nicht hat und so könnt ihr eben die aus der Ferne ansprechen, dass euer Programm das komplex ist, das Ressourcen braucht, auf einem stärkeren PC läuft, aber der kann bei Bedarf über das Netzwerk auf diese Schnittstellen vom Pi zugreifen, sodass das funktioniert. Bei den Performance Options, da habt ihr je nach Modell mehr oder weniger zur Auswahl, hier beim 5er geht es jetzt primär um das Overlay File System, da habt ihr die Möglichkeit, den in eine Art Schreibschutz zu versetzen, das ist vor allem für Lebensdauer von der Speicherkarte gut, aber kann auch helfen, um eben ungewollte Veränderungen am System zu vermeiden, das lässt sich hier aktivieren. Nur bei einem Pi 5 gibt es auch die Möglichkeit, dieses Limit für USB aufzuheben und zwar braucht ihr hier ein 5A Netzteil, wenn der weniger kriegt, zum Beispiel 3A von einem Vorgängermodell Netzteil, dann limitiert ihr die USB-Geräte auf 0,6 Ampere, das kann man hier abschalten, da muss man sich aber im Klaren sein, dass das Instabilitäten verursachen kann, das heißt, da sollte man wissen, was man tut und was da alles dranhängt, plus wie viel Strom das verbraucht, damit das passt. Wer einen älteren Raspberry Pi 1 und 2 hat, wird es vielleicht interessant zu wissen, dass da bei den Performance Options noch einen Punkt P1 gab, damit kann man den übertakten und damit die Leistung erhöhen. Dieser Performance Punkt, der ist sehr schön, um zu demonstrieren, dass das Ganze je nach Pi ein bisschen variieren kann, ich bin hier jetzt mal auf ein Raspberry Pi 4 gewechselt und da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, P2 Overday File System, das ist bei beiden hier gleich, allerdings gibt es hier, wie schon erwähnt, diesen Punkt USB Current nicht, der ist nur für den Pi 5, weil beim Pi 4, da gab es sowas nicht und dafür gibt es hier diesen Punkt Fan, hier kann man über die PAO, kann man einen Gehäuselüfter anschließen und den kontrollieren, das ist hier weggefallen beim 5er, weil man ja dort eine eigene Buchse gemacht hat mit PWM, die das Ganze viel besser handeln kann. In der sechsten Gruppe sind ein paar Einstellungen drin, die man nicht alltäglich braucht, zum Beispiel kann man hier Expand File System, das Dateisystem, auf die komplette Größe von der Karte erweitern, das braucht man im Regelfall nur nachträglich, wenn man die Karte geklont hat auf eine größere, damit der freie Platz nutzbar ist. Bei A2 geht es darum, man hat unter Linux oder in den meisten Distributionen vor einiger Zeit die Benennung verändert, aus diesem ETH0 Schema ein bisschen ausgebrochen, das hat verschiedene Gründe, vor allem, dass die Schnittstellen bei Neustarts immer gleich heißen, das kann man hier, wenn es einen stört, deaktivieren oder auch aktivieren, je nachdem. Ein Netzwerkproxy, das ist eher was für Firmenumgebungen, da können die meisten Geräte nicht einfach so ins Internet gehen wie im Heimnetzwerk, sondern nur über einen Proxy-Server, den könnte man hier eben systemweit setzen, falls man das braucht. Die Bootreihenfolge A4, die ist interessant, wenn ihr keine Speicherkarte zum Booten nutzen möchtet, sondern zum Beispiel beim Raspberry Pi 5 wäre das sogar eine M.2 SSD, dann kann man das hier aktivieren, oder beim 4er dann per USB eine externe SSD zum Beispiel. Beim Bootloader, da kriegt man im Standard eine Version, die nicht immer automatisch aktualisiert wird, das kann man hier einstellen, ob man eben sagt, ich möchte automatisiert neue stabile Versionen bekommen, oder aber mir Stabilität viel wichtiger, ich möchte die Version, die im Werkzustand drauf war, die behalten. A6 und A7, die sind vor allem für den Desktop relevant, Hintergrund des Ganzen ist, dass man hier technisch einige Sachen verändert hat, man ist von X11 zu Wayland gewechselt, gewechselt, das bringt einige Folgen mit sich bei verschiedenen Programmen, zum Beispiel VNC, RDP und so weiter. Da kann man, wenn man Probleme hat, auch noch zurückgehen, zum Beispiel hier bin ich ja mit dem Raspberry Pi 12-Stand mäßig auf Wayland und können hier sagen, nee, ich möchte jetzt wieder auf X11 zurück. Ähnliches bei Audio, auch dort hat man gewechselt von ehemals Puls Audio auf Pipewire. Das sind zwei komplexere Themen, da habe ich schon mal eigene Videos zu gemacht, schaut ihr euch gerne an, wenn euch das näher interessiert. Zum Ende hin noch zwei relativ leichte Optionen, einmal Update, da geht ihr hin und aktualisiert. Das Paket, das ist ja auch ein APT-Paket, About, das kennt ihr aus vielen anderen Programmen, zeigt euch so ein paar Informationen über die Software selbst, hier im Grunde bloß eine kleine Beschreibung, wofür das da ist, sammelt ein paar Einstellungen in einer Oberfläche und welche Version gerade installiert ist. Das kann vielleicht manchmal helfen, wenn Sachen sich unterschiedlich verhalten, um zu gucken, ist das wirklich die gleiche Version, weil da werden teilweise auch Sachen hinzugefügt oder entfernt. Es gibt zwei Alternativen, wie man solche Einstellungen relativ leicht setzen kann. Einmal nicht interaktiv mit Raspberry Config, da gibt es den Parameter NoInt, dann kann man jeden dieser Einstellungen direkt über ein Konsolenbefehl setzen, ohne Oberfläche, ohne dass man irgendwas bestätigen muss. Das ist hilfreich, wenn ihr zum Beispiel euch selber ein Skript schreiben möchtet oder über Ansible, bestimmte Sachen automatisieren wollt, um das alles so einzustellen, wie ihr das für euch am besten mögt. Ansonsten dürfte wahrscheinlich für die meisten der Raspberry Pi Imager reichen, der hat dort ja die OS-Anpassungen, wo man viel zumindest grundlegende Sachen setzen kann, den Host-Name, also den Rechnername, man kann ein Benutzerkonto anlegen mit Passwort und SSH-Key, WLAN einrichten, die Sprache einstellen und so weiter. Man kann da nicht alles einstellen, was hier Raspberry Config bietet, aber ich denke, für viele reicht das. Und falls es darüber hinausgeht, kann man dann mit der Kommandozeile auch diverse Sachen dort versuchen zu automatisieren. Sobald ein SSH da ist, kann man sich ja darauf verbinden und das darüber machen. Ich hoffe, diese Einführung war für euch interessant. Schreibt gerne zu uns auf Philips.de eure Meinung, ob euch das geholfen hat, ob ihr das verwendet, ob ihr es vielleicht schon sogar kanntet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel erfolgbaren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.